Ein Asylbewerber hat drei Wünsche frei. Er hat eine Fehl getroffen, die hat ihm das versprochen. Dann sagt er, okay, dann wünsche ich mir einen richtig schönen, dicken BMW. Die Fee macht Simsalabim. Zack, steht da ein richtig schön dicker BMW. Dann sagt er wahrscheinlich gegen, also der Asylbewerber, das wäre toll. Jetzt wünsche ich mir noch ein schönes, dickes Haus. Ein richtig großes Haus. Sagt die Fee, abracadabra, zack, steht da ein richtig schön großes, dickes Haus. Dann sagt er, was wünsche ich mir jetzt noch, was wünsche ich mir jetzt noch. Ich wünsche mir einfach, dass ich ein richtig guter, richtig guter deutscher werde. Kannst du das machen? Die Fee sagt, klar, kriegen wir hin. Simsalabim, zack, ist der BMW weg. Der Asylbewerber guckt so, hey, was ist denn jetzt los? Zack, auf einmal ist das Haus wieder weg. Dann sagt er, ey, was soll das denn jetzt? Das ist aber nicht in Ordnung. Dann sagt die Fee, doch, jetzt bist du ein guter Deutscher, jetzt musst du dafür arbeiten.